Ich hatte in den vergangenen Jahren hier berichtet von dem Weimarer Amtsrichter, der verfügt hatte, dass Kinder in einer Schule keine Maske tragen müssen. Die Kinder hatten einen Antrag auf ein, zwei Anordnung gestellt. Er hatte das dann entsprechend positiv beschieden. Es war dann die große Frage, war der überhaupt zuständig? Das wurde dann von den Oberlandesgerichten verneint. Zuständig wären die Verwaltungsgerichte gewesen. Jedenfalls dieser Richter hat jetzt ein, ist jetzt selber Gegenstand eines Strafverfahrens. Ihm wird Rechtsbeugung vorgeworfen. Schauen wir uns das mal an. Da gab es jetzt den ersten Verhandlungstermin. Er hat dort eine einstündige Erklärung abgegeben. Ich sage dir, was es mit der Sache auf sich hat. Ich sage dir, wie überhaupt die Anklage lautet und worauf es in diesem Verfahren ankommt und wie wahrscheinlich der Ausgang sein wird. Das erkläre ich dir alles in diesem Video. Ich hatte ja über den Fall schon berichtet. Ihr könnt die Videos euch auch gerne nochmal angucken, so zur Erinnerung. Aber mittlerweile steht höchstrichterlich entschieden fest, er war nicht zuständig. Da muss man aber zunächst einmal sagen, ja mein Gott, ja, das gibt es ja häufig, dass Gerichte entscheiden, obwohl sie nicht zuständig sind. Warum sitzt der Mann auf der Anklagebank? Und da kommt hier in dem Fall natürlich noch ein bisschen was anderes dazu. Und ich will hier nochmal offenlegen. Ich war von Anfang an, findest du auch in den Videos hier, lässt sich auch nicht leugnen, ja, absoluter Gegner der Maskenpflicht an Schulen. Und habe gesagt, natürliches Immunsystem der Kinder, die Kinder sind überhaupt nicht gefährdet und so weiter. Man fügt ihnen Schaden zu, psychisch und so weiter. Also da gibt es nichts von zurückzunehmen. Und das hat aber hiermit jetzt nichts zu tun. Ja, auch dieser Richter hat jetzt vor Gericht gesagt, auch zu seiner Verteidigung, er ist selber alleinerziehender Vater. Also er ist nicht alleinerziehender, aber seine Frau ist krank. Er muss die Kinder alleine großziehen. Und er war selbst als Familienvater sehr besorgt über die Situation. Das kann man völlig nachvollziehen. Darum geht es hier nicht. Das kann man vielleicht später strafmildernd berücksichtigen. Aber am ersten Punkt geht es ja erstmal darum, warum soll der sich überhaupt strafbar gemacht haben. Und das erkläre ich dir. Das liegt hier an dem Paragraf 339 StGB. Ein Richter, welcher sich bei der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache, er hat sie ja entschieden, zugunsten oder zum Nachteil einer Partei einer Beugung des Rechts schuldig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren bestraft. Ganz wichtig erstmal, das Ganze ist ein Vorsatzdelikt. Das heißt, wenn ein Richter entscheidet und das auch begründet, warum er zuständig ist und hinterher stellt sich heraus, er war nicht zuständig, dann wird das in der Regel nicht vorsätzlich gewesen sein. Und selbst wenn der gedacht hat, ich entscheide das mal, finde ich so cool, ich möchte das gerne entscheiden. Ich sehe immer großzügig über meine Zuständigkeit hinweg, über diese Zweifel in meiner Zuständigkeit, das kann man ihm in der Regel nicht beweisen. Denn man sagt ja immer, ein Jurist, zwei Meinungen, oder man sagt es glaube ich immer von Anwälten, aber es trifft auf Juristen auch zu. Ein Jurist, zwei Meinungen, kann ja schon mal nicht sein, dass er das nicht denken kann, wenn er da eine halbwegs plausible Begründung für hat. Zumindest, Dummheit ist auch nicht strafbar, zumindest kann man vielleicht sagen, naja, mein Gott, der Typ hätte mal lieber, was weiß ich, was anderes werden sollen, ja, aber Juristen würden jetzt vielleicht sagen, fieserweise, er hätte vielleicht lieber Lehrer werden sollen oder so, aber das, nichts gegen Lehrer, ja, also ich habe höchste Achtung, meine ich nicht ironisch, ja, aber sagen trotzdem Juristen, ja, gerne. Und jedenfalls wird man ihm jetzt letztlich nicht nachweisen können, allenfalls schlechter Jurist, das ist nicht strafbar. Was ist hier das Problem? Also, das Gericht führt hier schon am ersten Tag, so die Pressemeldung zumindest, sehr, sehr viel Dokumente ein, Durchsuchungsbeschlüsse. Man hat ihn digital auseinandergenommen, den Richter und stützt, davon gehe ich jetzt mal aus, die Vorwürfe hauptsächlich darauf, dass hier nicht, wie es normalerweise ja ist, vor den Richter ein Fall kam, ja, von den Eltern der Kinder zum Beispiel, ja, oder der Kinder im, die können sich ja nur vertreten werden, ja, die treten ja schon selber auf, aber vertreten durch die Eltern und dann irgendwelche Anwälte und so. Also, jedenfalls, dass da irgend so ein Fall auf den Tisch kam und er dann entschieden hat, falsch, sondern, dass er diesen Fall selbst konstruiert hat oder an diesem Fall mitgeholfen hat, dass er den auf den Tisch bekommt. Und, äh, es ist ja digitale Spuren, so, wir wissen ja, wir sind alle, äh, ziemlich gläsern, je älter wir sind, umso mehr, ja, also der ist ja auch nicht mehr hier der allerjüngste. Ähm, also sicherlich, äh, wird sehr, sehr viel, also jetzt eine von mir Mutmaßung, ja, aber da ja der Richter da schon sehr, sehr viel einführt, ähm, wird da sehr, sehr viel, äh, 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 sehr viel Spuren hinterlassen haben. Und das ist jetzt alles Mutmaßung, aber möglicherweise werden da auch, äh, äh, jetzt eben diese Dinge benutzt, da, um, um darzulegen, dass er zum Beispiel an dieser, äh, 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 Verfügungsklage, an diesem Antrag auf all das einer einzelnen Verfügung mitgearbeitet hat, in irgendeiner Weise. Und das könnte dann tatsächlich problematisch sein, wenn man darüber, dass er an der, äh, an dieser Antragsschrift mitgearbeitet hat, natürlich dann auf den Vorsatz schließen könnte, dass er eben hier eine Entscheidung konstruieren wollte, um damit dann zu erreichen, dass das, äh, Hygiene- und Schutzkonzept, was zu dem Zeitpunkt, äh, gesetzlich galt, ähm, umge, umgangen wird. Ja, das wird wahrscheinlich das sein, worauf sich die Anklage stützt und, ähm, die, äh, ähm, ich hatte das, äh, ich weiß gar nicht, ob in diesem Artikel, den hatte ich jetzt wegen des Bildes ausgewählt, ähm, ich hatte das auch schon, äh, irgendwo gelesen, kann auch sein, dass es bei LTO war, dass, äh, hier, äh, schon sehr viel, ähm, äh, äh, dass hier schon sehr viel, äh, eingeführt wurde, ja, an, an, an irgendwelchen, äh, Papierkram, nenne ich es jetzt mal einfach so, und dass das von der Verteidigung auch schon gerückt wurde, dass das da alles verlesen wird, ja, äh, was soll man auch sonst machen als Verteidigung dann erstmal in der Situation, er ist ja sehr prominent verteidigt, äh, hier von den, ähm, äh, also ich kenne jetzt hier nur den einen Kollegen hier, das ist der Kollege Strate, und, äh, da ist er auf jeden Fall, glaube ich, in sehr, sehr guten Händen, äh, juristisch gesehen jetzt, ja, so, So, wie geht's hier weiter mit verschiedenen Verhandlungstagen, zehn sind wohl geplant, weil wahrscheinlich wegen der ganzen Dokumente, und, äh, für den Richter selbst, der hatte zwar gegen seine Suspendierung, ähm, äh, ist er zwar erfolgreich erstmal vorgegangen, aber es gab dann eine neue Suspendierung, also wahrscheinlich waren da irgendwelche Formensachen nicht okay, und dagegen hat er sich wohl nicht mehr gewährt, zumindest berichtet, dass hier der MDR auf seiner Seite, ja, ja, so, dass der wohl momentan suspendiert ist, ähm, ja, das, da kann man jetzt erstmal nichts weiter zu sagen, das können alle möglichen, kann alle möglichen Gründe haben, das würde ich jetzt für, für den, für die Frage, ob hier, äh, 339 SDBG, äh, SDGB eingreift oder nicht, ähm, nicht irgendwie als präjudiziell sehen, ja, äh, wenn es so wäre, dann ist natürlich heftig hier, da haben wir eine Freiheitsstrafe von einem Jahr als Mindeststrafe, also für den Richter geht es hier um sehr, sehr viel. Wir werden weiter berichten, wenn dich das interessiert, dann empfehle ich dir, ähm, diesen Kanal zu abonnieren, und, äh, wir verfolgen diesen Prozess auf jeden Fall hier weiter. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020